hey was geht ab youtube herzlich willkommen zurück zu meinem let's play player announce battlegrounds schön dass ihr eingeschaltet habt und hier am start seid mit mir am start sind gleich der vain und der balkon könig und ja wir spielen eine dreierrunde im squad play und ja jetzt ganz viel spaß denn jetzt geht's los was auch nicht mal alternativ mache ich da war denn das ist die so viele alternative gibt es doch nicht ja aber wenn da zu viele abspringen ich denke mal einige werden hier bei ihr das müssen wir das sehen die wir da sind ich hoffe das glaube ich nicht mehr zu bauen da ist eine schade vorbei der fliegt aber hier zu dem ok dann kann ich meinen marken weg machen ich bin jetzt schon gleich unten lauf jetzt mal die bauernhof ab wir könnten hier noch richtung süden da ist auch noch ich bin jetzt schon gleich unten lauf jetzt mal die bauern direkt bei lipovka springt einer vor mir kommt dreh hier noch ab richtung süden die häuser hier da ist keine abgesprungen wo rennt der heute gelandet ist der rennt zu den häusern da hinten sehe ich schon eine dreiergruppe die läuft in die lagerhallen ich habe hier ein buggy hier ist auch einer wo seid ihr denn ich bin über dir sicher dass da welche in die lagerhallen sind so ich nehme balkonkönig mit ja bei der lagerhalle sind bei den drei lagerhallen sind ist eine ganze gruppe hingelaufen ich war zu balkonkönig das war sie gleich im café alter warst du das ja so eine pistole habe ich schon mal und zwei rucksack und der schotty ja in den lagerhallen sind sie gerade wie blöd am ballern da müssen wir übrigens aufpassen dass die nicht hier unsere richtung kommen ist jetzt nur shotgun sonst nichts ja shotgun pistole sonst habe ich auch noch nichts jens wie sieht es aus geht noch oder und die leise dreier schön aber ganz selten dass ich welche finde ob ich nachbargeräusche ist noch eine schotty wenn man nur die munition mit die ficken sich da gerade selber weg ich habe das geil in der lagerhalle komm ich lauf nach richtung jens ja ich komme gleich mit zu warte hin hier oben noch eine tür oder wir warten auf die an der lagerhalle die rauskommen die kommen ja auch demnächst also das café wollte bis jetzt keiner aber ich sollte mal richtung auto hier gehen weil wir müssen doch noch ganz schön weit in die zone ne ja komm ich glaube ich stehe doch da zum rand hin hier hinten auf der seite ist auch wenig ist gar nichts gelootet wenn oder soll ich die versuchen eben schnell abzuholen wie gesagt steht auch sonst im auto ok wenn du ein auto kriegst dann sag bescheid weil wir müssen echt ein stückchen laufen zum weißen kreis ja ich habe ein auto ich komme dann ok dann ich kriege keinen kontakt hier dann treffen wir uns ganz gut aus jetzt treffen wir uns beim blauen marker ok ja so wir können nicht an den lagerhallen rauskommen das ist ruhig so das ist die mitnehmen das ist die lagerhalle ne das ist das ne was verraut hat ihr da ne 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 Mach du das, ich laufe nach hinten durch. Okay. In der Hoffnung, dass wir eben ein Visier finden oder was. Dann noch eine Granade. Nein, so nix. West, Munition. Okay. Die waren hier eigentlich nicht bloß am Blut. Genau, von die Richtung, da sind noch hier so ein paar Häuser. Da, der grüne Marker. Von da aus können wir reinlaufen. Wenn dann die Schuhe. Dann kennst du das Auto? Hier links, ne? Oh, ich bin down. Warte, wir haben zwei. Oh nein. Ich hab mich verdrückt. Ja, soll ich eben schnell kommen oder was? Ja, komm mal schnell. Komm, steig ein. Steig ein, jetzt. Ne, ich hab, mach, ich muss, hol du ihn schnell ab. Bleib hier, dann treffen wir uns hier. Na, wenn ich das auch schnell schaffe. Obst, dass ich jetzt keine Dachschule mache. Bist du da bei den gelben Häusern, oder wo? Äh, gelb sind die nicht. Ach, du bist noch über den Berg hinten drüber. Das schaute ich glaube nicht rechtzeitig. Mal gucken. Da ist sie nicht, aber ne, fackst du nicht. Krass, bekommst du es noch büten. Ach, kacke. Büte mich noch. Ben, fährt doch ein Auto. Ja, der hat die Bratpfanne getroffen. Aber jetzt bin ich tot. Geil. Ja, jetzt haben sie das drauf. Ja, ich bin tot. Ja, da kamen, ey, da kamen vier Leute. Okay. Nein, da hat er mich zwei, drei mal getroffen. Geil, schön Bratpfanne getroffen. Ting, ab. Ich muss gucken, die laufen bestimmt da, wo ich gestorben bin. Die laufen bestimmt da hin und warum ich nicht die ganze Person habe. Die oben laufen kannst du im Auto. All, das ist gut. Ich muss gucken, die Centralkraft noch nicht. Ich muss da, wo ich ganz Eisen liches War es eine ganze Gruppe? Vier Leute? Drei waren das mindestens. Der einen habe ich ein paar Mal getroffen. Da war einer von der Seite, einer kommt von hinten. Ich weiß nicht, ob der dazugehört hat. Wenn ich dir erstmal zu, dass ich in den Kreis komme. Da läuft einer, hat sich hingelegt, habe ich gesehen. Da wird ein dent. Da wird zurück, dass es ein Fabrik in der Mitte der Mitte gibt. Ich habe ihn ganz gezwungen. Es droht gerade Clas und auf dem Kreis. Ich habe ihn mit diesem Kreis zu verstanden. Ich bin mit einer the meusidenz. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir werden schon wieder auftauchen, würde ich sagen. Warum habe ich eigentlich keinen Helm? Hast du meinen, der sich belutet? Ne, der war irgendwie... Keine Ahnung. Okay. Schüsse haben wir schon mal. Komm, irgendein Pisshelm. Da wird fleißig geschossen, da hinten. Okay. 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 Helm. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist noch ein weiter Weg, hätte ich mal das Auto genommen. Und wie sieht es aus? Achso, lass doch. Ja. Ich wollte es eben Brot machen, ne? Ich habe echt Hunger. Jo. Na, wir essen ein bisschen später. Ja, das geht ja fix. Ja. Vielen Dank. Ja, aber ich bin dahinter, bin ich auch gleich in der Zone. Ja, gut, aber wo ist die nächste? Oha, okay. Wo war der Dutch? Ich bin vorne. Nee, der ist kaputt. Ich bin da nicht. Sicher? Ja, der ist Schrottauto. Das sieht man sich von oben. Da siehst du. Ja, ich laufe erst mal weiter. Noch habe ich Sprint an und ich heile mich hoch, automatisch. Wenn ich jetzt einen Sniperstock kriege, dann ist es halt so. Da oben, auf dem Hügel, siehst du? Gerade hinter dem Hügel verschwunden. Da oben noch einer. Nein, nein. Da oben. Vielen Dank. Ja, die müssen auch zusehen, dass sie reinkommen. Wer weiß, wo die hingelaufen sind. Wenn die da mal nicht hingelaufen sind. Ich kämpfe mich jetzt zwischendurch. Vielen Dank. Du bist immer noch am lieben. Das ist der Hammer. 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 Okay. Das ist der Hammer. 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 Und hier in dem Schuppen sind noch zwei drin. Das heißt die werden sich gleich bekakeln. Gehe ich von aus. 1 Ach nö. Warum wird ich nicht so optimal da. wenn du jetzt eine karl hast wenn sie alle nacheinander weg holen kann sich drehen der blaue kreis kommt das heißt sie müssen da hinten in verlängerung des punkter häuschen zwischen den bäumen dahinter stehen sie überall feuern schon auf die da oben glaube ich muss mich auch gewaltig bewegen auf der seite sind auch ganz viele sie sind direkt vor der 50 meter ist keiner ach so ich habe auch erst gedacht aber wie gesagt ich würde nichts sagen ich also ich habe immer die frage macht lieber nicht so viel sammeln ich glaube das ding mein tor da drüben ist eine bar kreis Ja. Okay. Ich kann nicht anders. Ich muss laufen. Den habe ich. Das ist nachher wahrscheinlich, ne? Der ist nur zu Boden gegangen. Ne, ich habe sofort einen Kill gekriegt. Okay. Okay, wir sind noch dran. Auto, vor dir? Leute, ich würde den hinten reden. Hast du Granaten, Danny? Ja, ja, ich habe Granaten. Wenn du versuchst, die zwischen die Autos zu schmeißen, die hocken da alle an den Autos. Das schaffst du. Ja, aber ich muss mir ja ran. Dann gehen die Autos auch hoch. Die kriegst du. Du musst mir ja ran. Noch haben die mich nicht gesehen. Ne. Jetzt sind sie an den Autos weg. Schmeiß keine Ahnung. Ich halte mich erst mal. Warte mal, klopft aber locker. Jetzt nicht aufregen, ne? Ja. Alle so beschäftigt, da drüben hinzuschießen? Ja. Oder ist denn das Deckung? Also jetzt, Granate, genau ans Auto, geht das Auto hoch und dann ist der weg. Ja, und? Oh, hast du das gesehen? Wie der weggelaufen ist. Wenn du gerade fahren willst, dann willst du das, Danny. Oh, shit. Das ist so geil, ne? Ja. Kannst du dich noch mal heilen? Ich kann mich noch heilen, ja. Oder noch eine Granate oder so? Warte mal. Oder je... Letzte Mal heilen. Mehr hab ich nicht. Du musst ein bisschen weiter rechts, so ein bisschen im Kreis. Alter. Oh, shit. Hat er mich gesehen? Oh, ich hab den nicht getroffen, so ein Dreck, ey. Ja, rechts neben mir war noch einer. Egal. Platz zwei, okay. Das waren nur noch die beiden, ne? Das waren nur noch die beiden, ja. Puh. Da geht mir aber die Pumpe, ey. Moses im Kreis Alschein. Sadner können, so auch nochmaler. Das waren nur noch die Dreckung immer mehr als Dreckung. Bis zum nächsten Mal. Was kam, die K Taili.